und wir mit mir und dem alter hier genau gemeinsam sind wir hier in hamburg und hier ist gerade noch die baustelle von unserem neuen studio ja und heute sind wir hier gemeinsam auf der cmc wieder mal in hamburg youtuber wieder mal am film hier wenn wir hier dieselben kameras hier der fanclub und cosplayer sind auch schon unterwegs und ich würde sagen jetzt abzuorzieren und sagen und ich rede ready for the con let's get ready to rumble no pain for this game und 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 Ist hier vorbei? Corona, komm rein! Bon App ins Getümmler! Sonst Thank you for watching! Moine Kekse aus Hamburg! Ich bin jetzt auf der Manga und Comic Con. Wie jedes Mal eigentlich und hinter der Kamera, jetzt könnt ihr jetzt leider nicht sehen, der Alter, ihr und wir. Schöne Grüße. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr leider nicht mehr da sein, weil das Video seht ihr erst, wenn sie schon vorbei ist. Aber wenn wir beim nächsten Mal mit dabei sein, dann könnt ihr richtig coole Leute treffen. Natürlich Alter, ihr und wir, Chris Tainment und natürlich Falkenau, habe ich auch schon gesehen. Die ist da hinten, hat sich da versteckt. Wird sehr lustig, war noch nicht drin. Ich werde gleich mal reinschauen, wie in die kleinen, warmen und engen Gänge. Ansonsten viel Spaß im Internet. Guckt bei Keks Army, bei Facebook rein und natürlich bei den YouTube-Kanälen Chris Tainment und Alter, ihr und wir. Wir sehen uns bis dahin. Erschmann, das Tschüssikowski und stay nerdy. Und wir Kekse. Weißt du, was ein Rabe mit einem Schreibtisch gemeinsam hat? Wir sehen uns bis dahin. Hallo, der Toy-Hunter hier, der Comic-Toy-Hunter. Wo bist du gerade? Wo bin ich gerade? Ich bin auf der Comic- und Manga-Convention, so hieß es, in Hamburg unterwegs. Und ihr seht, Alter, ihr und wir. So, allgemein, ja, gerade zwar nicht, aber wir sehen dich. Wir sehen, ja, aber ihr seid ja auf seinem Kanal unterwegs. Nein, 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 nein. Ah, 5,5,5. Ja? Ja? Das geht gleich. Musik Zhuanggi. Musik 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 Ich soll auf jeden Fall, wie du es hier geschrieben hast, wie du es nicht auf Instagram geschrieben hast, ich soll, ja nochmal liebe Grüße an dich und ich soll natürlich Werbung für dich machen, für deinen schönen Schrott, den du anleihst und an der Börse 19% Rendite gibt, ne, also kauf bei Lampolin ein, der macht das ganze vernünftig und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abendmittag oder morgen oder eine gute Nacht oder whatever. Lass die Finger über der Decke, weil sonst gibt es weiße Flecken, was weißt du? Ich wünsche einen schönen guten Nacht, tschau. Ja, Comic Manga Convention hier war super, war ziemlich voll gewesen, viel zu voll meiner Meinung nach, äh, kaum Luft und es war warm. Ansonsten, super, viel gekauft und ja, haut rein, tschau. Und zum Abschluss kann ich nur noch dazu sagen, dass es ein wunderschöner Samstag zusammen mit Sway und seinem Neffen war, freue mich schon auf die nächste Zeit. Im Mai geht es dann weiter mit Sway und Co. zum Japantag 2018. Ansonsten, das war Alter ihr und wir. Alter ihr, das bin ich und wir meine Lieben, das seid ihr und gemeinsam sind wir hier. Schaut bei Sway und seinem Video zur CMC mit rein, Link in der Videobeschreibung. Lasst ein Like mit da, wenn euch mein Video gefällt. Und in diesem Sinne, see you later, Alligator und bis zum nächsten Mal bei Alter ihr und wir. Bis zum nächsten Mal.